Hier ist Lukas Vita! Vielen Dank. Ja, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen was Märchenhaftes dabei. Es kommt auch ein König darin vor. Es geht aber eigentlich um was ganz anderes. Und zwar wurde ich inspiriert, diesen Text zu schreiben durch ein Gespräch, das ich mitbekommen habe von zwei jungen Männern, die darüber sprachen, dass sie, wenn sie einmal Kinder haben möchten, dass sie auf keinen Fall eine Tochter haben wollen, weil das total stressig wird und weil sie so den Gedanken nicht ertragen können, dass die irgendwann mal einen Freund hat und dann steht er so vor der Tür und so. Ja, und wie gesagt, ich habe ein Märchen geschrieben und es heißt das Märchen von der Gleichberechtigung im weiteren Sinne. Es war einmal heute in einem allzu nahen Land. Eine Königin, die trat auf den Hofplatz und gab ihrem Volke mit Stolze bekannt. Ein Kind war geboren, ein Mädchen genauer. Alle Lerchen, die sich auf die Dächer gekauert, erhaschten den Blick durch den strahlenden Schauer, von Blättern gefärbt durch den Pinsel des Herbstes. Die Seelen des Schlosses versanken im Schwärmen. Alle Mägde und Kellner mit Fohlen und Kälbern. Sie sahen gebannt auf die frohe Gesellschaft und als die standen und schwiegen mit offenen Mündern. Sie liebten es sehr und sie wiegten das Bündel, begannen im Tiefen die Zweifel zu zündeln. Ein Teil der Verwandtschaft, vor allem der König, zeigte sich nicht mit dem Ausgang versöhnlich. Er stand nur dabei mit gezwungener Freude. Er hätte so gerne einen Jungen gezeugt, denn das ist einfach. Alles, was sie machen wollen, ist Bolzen, Holzhacken, nicht über Gefühle reden und hin und wieder einen Dübel in die Wand hauen. Aber Mädchen sind schwach und zart. Ständig muss man sie beschützen, erst interessieren sie sich nur für Ponys und dann werden sie anstrengend. Und dann bluten sie irgendwann einmal pro Monat aus ihrer Vagina und das ist irgendwie total seltsam. Oh, und irgendwann stehen dann die ersten Jungs auf der Schwelle und das kann ich nicht ertragen. Bevor sich der erste stinkende Halbstarke durch die Hintertür stiehlt, in seine schwitzigen Griffe unter das T-Shirt meiner Tochter schiebt, ist aber Schicht im Schacht. Das lasse ich nicht zu, so schimpfte der König und wurde sehr wütend. So eine Schmach kommt mir nicht in die Tüte, darum baue ich nun einen Turm in die Wüste, dass die steinerne Front sie auf ewig behüte und sich damit das Unheil der Weltfeuer schließe. Denn ich bin ihr Vater und habe die Güte, ich sorge mich um meine zierliche Blüte. Und so baute eine Weile er am Käfig für das schöne Kind, ignorierte wie so häufig die Bedenken seiner Königin. Und an einem Sonntagmorgen schlossen sich die schweren Tore. Auf der haushohen Empore stand das Mädchen und war wirklich ziemlich abgefagt. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es war einmal heute in einem allzu nahen Land. Da lebte ein Ritter, der gab seinen Kumpels mit Eifer bekannt, dass es nicht reicht, alle zwei Wochen jemand in seiner Stammkneipe einen Barhocker durchs Gesicht zu ziehen. Dass es nicht reicht, den Nachbarsjungen in eine Pfütze zu schubsen, weil er Nagellack getragen hat. Dass es nicht reicht, dass Bolzen, Holzhacken nicht über Gefühle reden und hin und wieder in Dübel in die Wand hauen. Für das, was mich am Ende treibt, der Gral der vollen Männlichkeit, für das nicht hilft, kein Schwert, kein Schild, um ein echter Mann zu sein, muss man eine Frau befreien. So stellte der Ritter fest, wer in meinem Alter keine Holdemeit befreit hat, ist in unserer Gesellschaft ein gottverdammtes Abfallprodukt. Und er habe gehört von einem Turm in der Wüste und von einer Prinzessin, die dort lebe und sich schon nach ihm verzehre, seit Jahren und wartet und so schwang er sich auf sein Nashorn, das Spirit Animal der Überkompensation. Und nach Tagen stand er am Ende vor dem Turm, dessen Wände sich scheinbar unendlich in den Himmel erstreckten. Und er wunderte sich schon, dass kein langer Zopf aus dem Fenster hing, aber er dachte bei sich, ja, Frauen brauchen ja immer so lange Bart, ne? Und er klomm den Turm mit seinen bloßen Schneidezähnen, stieg hinein und da an der Ecke sah er eine Silhouette und er ging auf die Knie und sprach, meine Angebetete, ich bin gekommen, um euch aus eurer misslichen Lage zu befreien und euer Schicksal in die Hand zu nehmen. Kommt mit mir und werdet meine Frau, ihr sollt auf meinem Schloss wohnen und mir Chips in den Mund stecken, während ich Fußball gucke. Und er kniete und wartete und wartete und wartete und dann traf ihn ein Pantoffel und noch einer und ein Stuhl und eine Schreibmaschine, alles, was im Turmzimmer nicht nid- und nagelfest war, wurde dem Prinzen entgegengeschleudert und schließlich trat aus dem Schatten die Prinzessin und die, das sah man ihr an, hatte wirklich gar keinen Bock. Der Ritter war furchtbar verwirrt, denn er hatte erwartet, dass sie ihm gleich fügsam sein würde und er frug, holde meid, was macht euch so wütend? Die Prinzessin holte tief Luft und legte los. Erst sperrt mich mein Vater in den Turm und versagt mir meine Freizügigkeit und meine Bedürfnisse und dann kommst du um die Ecke und willst mich befreien? Lol, du denkst, ich bin hilflos, ich habe diesen Stuhl aus meiner Niere geschnitzt. Deine Ansprache war ein einziger Imperativ und ich befehle dir jetzt auch mal was. Halt deine Schnauze, egal wo ich bin, es umschwebt mich ein goldener Käfig, ich bin draußen genauso gefangen wie hier. Der einzige Vorteil ist, dass ich hier drin deine scheiß Fresse nicht sehen muss. Ich hab nicht auf dich gewartet, ich warte auf das Ende des beschissenen Patriarchats. Ich will keinen Mann, ich will meine Ruhe und der ist verpisst dich aus meinem Turm, du Arschgesicht. Der Ritter ist zunächst noch sprachlos. Es verwirrt ihn, dass Frauen die Stimme erheben können. Er überhört das Gesagte, es scheint ihm Smalltalk sei jetzt die richtige Strategie, um diese hysterische Prinzessin zu beruhigen. Also setzt er nochmal an und sagt, also Nieren eignen sich ja eigentlich nicht so gut zum Schnitzen, ich würde dir ja eher Holz empfehlen. Der Ritter ist nicht mehr unter uns. Nachdem die Prinzessin ihn rausgeschmissen hat, zieht er zurück zu seiner Mutter und gibt Pick-up-Artist-Seminare. Ein paar Jahre später bei einem Campingtrip setzt sich eine Kuh auf sein Gesicht und er stirbt. Die Prinzessin bleibt in ihrem Turm. Sie wies noch viele Ritter ab und baute sich aus den Scherben ihrer zerbrechlichen Egos einen hübschen Mosaiktisch. Der Turm wird zur Kommandozentrale für den Sturz des Patriarchats. Mein Name ist Luca, ich bin zuständig für Buchhaltung und pure Provokation. Mein Deckname ist Lustige Frau und ich gehe auf Poetry Slams und lese diesen Text, um Männern schon mal richtig auf die Nerven zu gehen. Ganz liebe Grüße aus dem Turm in der Wüste. Danke. Lukas Weter.